Die Geschichte von einem Mädchen. Einem Jungen. Ein Goldfisch. Er hat mich abgelenkt! Er lebt noch! Jeder Menge Fische. Noch mehr Fische. Ja, was ist denn, wo du lebst? Und der Mutter des Meeres. Ponyu? Das ist doch ein wunderschöner Name. Hayao Miyazakis Ponyu. Mein Geliebter, wäre es nicht schön, wenn Ponyu ein Mensch bleiben könnte? Verwende die alte Magie. Bei Kinowelt TV. 20 Jahre Qualität.